Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen der Skylines verstanden und wir kennen in der Runde Informationen. Und zwar haben ich und der Roland leider ein bisschen verpennt. Ihr fragt euch wer Roland ist. Roland ist der neue Mitmacher bei Small Feather Game. Und hat sein erstes Video hochgeladen Project Cars. Am 2.10. Meinen dritten Jahrestag. Sehr schön. Und zu dem Anlass wollten wir nochmal das Gewinnspiel neu... Gotcha. ...neu auferleben lassen. Und ja, hi Chicos. Ja, sag mal hallo zu den anderen Chicos. Ja, super. Hast du heil gesagt? Nein, sag doch nicht den Hintern. Es ist genau das gleiche wie schon einmal. Hat aber keiner mitgemacht und deswegen muss ich das nochmal machen. Es gibt ein Blizzard gewinnspielmäßig und zwar müsst ihr in Rolands ersten Video alle Pokémon finden und deren Anfangsbuchstaben ergeben dann ein Lösungswort. Und das solltet ihr am besten mir als persönliche Nachricht zukommen lassen. Und ähm, der erste Platz bekommt Diablo 3 Reaper of Souls, die Mega Special Box Edition. World of Warcraft, äh, kleine Mini Special als zweiten Platz und als dritten Platz StarCraft 2. Ähm, ja, so ein kleines Blizzard-Mega-Gewinnspiel für euch, weil er das letzte Mal hat nicht so gut funktioniert anscheinend. Ähm, einfach bei ihm mal vorbeischauen, mal Hallo sagen und einfach mal die Pokémon suchen. Wir werden das jetzt nach und nach immer mal wieder wiederholen, mit Ankündigungen aber auch vorher, ähm, und hinweisen in Videotitel. Und, ähm, eine genaue Ansage steht da noch nicht bereit, wie lange das Gewinnspiel jetzt geht. Wir wollen mal gucken, dass wir jetzt recht möglichst, äh, also erst wenn genug Leute sich dabei angemeldet haben, mitgemacht haben, das auch erst, ähm, verlosen. Und, ja, bedanke ich mich erstmal für dieses schnelle Infovideo, äh, fürs Zusehen. Und ansonsten gehen wir schon alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns noch mal wieder irgendwo mal online. Tschüss.